Hallo und willkommen zurück zu Dungeon Manz. Wir werden jetzt erstmal wieder Zeugs abgeben. Man kann natürlich nochmal wieder zurück zu dem Dungeon, wo ich vorher drin war, mit dieser Dance Party und das Angehen, wenn man dann 5, 6 Level höher ist. Aber, ähm, ich sehe nicht, wie man... das, äh, mit dem Level quasi schaffen soll. Man müsste quasi auf jeden Fall die Cold Raisi auf mehr oder weniger 100% bekommen. Gucken wir nochmal hier. Ich glaube, irgendwas, äh, Gutes dabei war. Das sind ja 3 Block. Ich glaube, das ist alles Müll. Strength, Science und Block. Und Block. Was würde denn passieren, wenn ich das Battlers Bench 142 Melee, 143, okay, dann machen wir das. Mit Science habe ich ein Resi dazu und Block kommt ja auch noch dazu. Fire Resist, aber da ist nur Science drauf. Das wollen wir nicht. Beziehungsweise Fum. Science ist schon okay für Resis aufbauen. Jetzt dürfte ich hier auch wahrscheinlich. und ein Bonus Damage. Ah, okay, doch. Da sind die Resis etwas gestiegen. 50% Blocks Blockprozent. Ach, das bedeutet Defeat. Okay. 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 Auf die Rüst. Da kann man auch noch auf einige Sachen was drauf verzaubern. Cooler. Gut, ich habe ja alles weggehauen, was ich, äh, nicht hab, äh, nicht anziehe. Da drauf geht's wahrscheinlich nicht. Dann machen wir das da drauf. Haben wir also 60 dazu. Jetzt sind wir bei 55, ist er so. Immer noch nicht wahnsinnig gut eigentlich. Das ist ja gar nicht. Mhmmm. Das war's für heute. sometimes freezes enemy in place, beryllium, könnte man halt mal verwenden, aber bringt mir das jetzt effektiv was, ich glaub das auch nicht, was ist denn das da für einer, ähm, machen wir den auch noch, poison resist, das sind natürlich jetzt auch alles kleine, die sowieso auch überschrieben werden können, wo es nicht so dramatisch ist, beryllium, was nehmen wir noch, puh, ok, ein bisschen teuer, dann lass ich das erstmal so, und da drauf, 55,91 Ja Und dann können wir hier wieder Punkte verteilen 8 Ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel Aber wir können natürlich auch Science weiter steigen Um 21 Science 8,25 Vielleicht wird das gar nicht mal so unklug Yes, 8,25 Wie viel haben wir im Moment? Ach, 21 Das ist das, was drauf ist 8,25 Steht da nicht, wie viel sich das verändert Nochmal 19 Das ist schon gar nicht so wenig Das sind 0,75 Pro Science Und das scheinen direkte Prozente zu sein 55,96 Im Vergleich zu dem normalen Rating Oder da ist ein Diminishing Returns drin Das kann natürlich auch sein Resist Rating Ah ja, da ist ein Diminishing Returns drin Während wir hier ein Rating von 9 haben Und 9% Ist da ein Rating von 129 Und 50,96 Schöner an Science ist natürlich, dass alles steigt Aber Relevant sind ja wahrscheinlich Denn nur die beiden Dinger, die ich pushe Bzw. später wird es vermutlich Purple Damage sein Dann lassen wir das dabei Geht erst später wieder ins Strength rein Okay Dann haben wir jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Sachen Die auf Trivial Gerated Werden Wo wollt Man den Den Dann machen wir den hier The Citadel of Sin Fragments of greatness remain here But all the call of treasure yet rings true Who rules the darkened pits Ja, ja, ja Stirb endlich Ähm Hm, 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 hm Dangerous foe Noch so einer Komm her Das war das. Da ist ein stärkerer Ball. Sehr schön, danke. Gut. 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 das war es ja auch alle da oben sind noch zwei wege aber ich glaube da kann ich direkt runter gehen wenn das und den ist wobei andererseits wenn er champions sind diese dinger fallen lassen dann würde ich ja schon mitnehmen wollen rushen wir hier gerade noch durch zumal heiltränke und buch ist auch sehr gut heiltränke und so weiter kann man natürlich auch mal brauchen er will denn so einen mist kaufen cryo-science 647 gold das war schon eine menge aber noch lange nicht so viel um sich solche bücher kaufen zu können ok fertig und adventurous und 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 Das hier sind stärkere, theoretisch. Hat ein bisschen was losgehalten, aber naja. Um. In addition you deal 9 more damage with your next attack for each enemy that hits you in the preceding round. Getting hit by physical attacks restores your stamina. Mhm. Mhm. Batsch, batsch, batsch. So, ist auch, ne da oben ist noch eine. Aber ne neue Waffe wär auch langsam cool. Aha. Biomoth, Level 10. Der ist aber sehr langsam. Mach mal den erstmal weg. Wenn natürlich jetzt Massen von denen kommen, dann hat man glaube ich ein Problem. Oh, der ist auch neu. Ork Schamane. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Machen wir nicht so. So, Skunt. Rest. Und das an, das an, das an. Runter. Machen wir nicht so. Der war nicht so stabil. Das sind nur Adventurers vom Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, für die habe ich jetzt schon zu viel Resi. Okay. 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 Wie haben die sich das mit den Gegnern vorgestellt? 750. Unrivaled Cryo Scientist. 750. Master Armorer. 5 Horse Walter. 750 Hitpoints. Ob die sich da irgend die Fall kalkuliert haben und denen versehentlich so viele Hitpoints gegeben haben? Da sehe ich nicht, wie man die töten soll. Oder ob die sich da mit einem Level vertarnten. Level 11. Das macht irgendwie keinen Sinn. jedenfalls werde ich jetzt nicht da in den Tod laufen. Das war Citadel of Sin. Eistante. Dann gehen wir hier rein. Fallen Castle Pearl. Once a rock, to stem the tide with courage under skies of blue. A mighty roar, you and cry just legends on the tongs of you. Ah, ich glaube das sieht schlimmer aus als es ist. Aha. Stehen die da jetzt alle auf einem Fleck? Ne. Junkfighter. Möge. Ich bin schauke. Gäststätter. Werfen. Ja, schauke. Na- Alle. 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 Mh, machen wir mal die Healing Potion an. War dann aber doch ein bisschen schwerer als erwartet. Was ist das? Was ist das? der versteckt sich rote schuhe das ist ein champion 600 hit points er scheint aber nicht so stark zu sein doch verdammter mist irgendwo hin porten wo er mich nicht treffen kann halbtot ist er ja es wird noch regeneriert für zwei runden und und Na, der war nicht ohne. Ich habe mich fast gekillt, die Sau. Da ist eine schickere Axt. Leider Zweihand. Da ist ein Brunnen. Da ist auch wieder so ein Dicker, aber den sollten wir echt easy zu Klump hauen können. Weil er kaum Schaden macht. Um... War mir aber auch jetzt eigentlich schon zu knapp. Die sind leider ohne Verzauberung. Das ist ein Brunnen. Da komme ich später wieder. Das ist auf jeden Fall eine richtige Zone, sage ich mal. Gehen wir mal ab. Ja, und was man daraus gelernt hat, ist, ich brauche immer noch mehr Elementschutz. So werde ich jetzt auch noch... Nochmal eins davon. Ja, und das auf den Helm knallen. Und da hatten wir hier noch irgendwas anderes. Nö. Fire Resists auf dem... Nö. 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 ены. Nö. Naja, toll, das sind jetzt wieder drei, vier Prozent, die dazugekommen sind. Ja, das sind genau 60 Unterschiede. Das macht aber nur drei Prozentpunkte aus. Also da gibt es einen fetten Diminishing Returns, dass man wahrscheinlich dann auch nur so auf 75 wieder sowas maximal kommen kann, wenn man einen pervers hohen Wert hat. Da sollte man dann vermutlich auf andere Sachen gehen. Hm, aber die anderen sind jetzt auch nicht besonders gut. Vulcan Cleaver. The Undead, Rang 1. Red Purple Onions, zwei. Ja. Den hat man, glaube ich, schon. Ja. Nehmen wir das hier. The Shattered Onyx Walls. Es ist nur Mundane. Okay. 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 Okay, das ist aber nur ein kleiner jetzt Darf habe ich jetzt schon keine Ausdauer mehr Ne, ist mir auch zu gefährlich Kaufen wir uns das Dorf gerade mal Wo wir schon hier sind Geht nur zwei Ding, ding, ding Kaufen kann man dann nur Schmuh Na gut Dann Was haben wir hier rechts noch? Ja, dann wird das hier vermutlich jetzt ähnlich sein Gehen wir mal nach unten Adventurous Musik ist auch ganz cool Trivial Okay Void Dangerous Dank Slimeways of Xaafz Machen wir das hier The final bones of Nellirac Here Even the wicked And wicked find rest Is written in the glyphs of the stars Will this labyrinth Clom Clom Claim Another victim Dann haben wir mal ein bisschen Undead wieder Wobei man sich die hier echt schenken kann Oh Bo parasites Gut Ich habe Schmied Das ist Ich bin Zu Mag Aber Ich bin Herr W Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Schmied Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Blum. Nach unten. Schön. Dangerous foes. Oh, ja. Ring of Impacts. Das ist ein Relikt. Und da ist ein etwas stärkerer. Das ist auch wieder ein stärkerer. Okay. 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 einer. Ich mein, diese Proof of Strengths kann man ja mitnehmen. Dangerous Foes. Geben eine 2? Achso, naja gut, das ganz oben hat ja dann nicht mitgezählt. Join us, die once, then fight forever in Unlust, eternal strength. I'm gonna spend forever drunk, unmet, relaxing on the beach before a sea of adverse seasoned meat. Sorry. I'm gonna spend a lot of time on the beach before a sea of 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 great Da hat gerade auch ordentlich Schaden gemacht. Was? 131 Schaden? Ja, Colt und Melee, 131. Wird schon alles recht risky jetzt. Wird schon alles recht risky jetzt. Ja! Hm. Hm. Oh. Hm. Hm. Was ist das für eine Stuttering Hate-Ghost, Level 11? Was ist das für eine Stimmung? Was ist das für eine Stimmung? Einmal rasten. Ja. Ja, noch so einer. Na, das ist ein besonderer. Schöne. Ja, hätte der jetzt nicht eigentlich explodieren sollen. Das ist auch wieder ein besonderer. Das ist auch wieder. Oha, Lost Equipment Blueprint. Sehr schön. Der macht aber gut Schaden. Okay. Runter links. Oh, da geht es auch noch runter. Und ich muss einen Schnitt machen, sehe ich. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Bis denn. Oh, da geht es noch mal wieder. Ja, ja. Oh, da geht es noch mal wieder.